so hallo und herzlich willkommen heute ein video zum thema armer 3 altes life und zwar eine kleine erläuterung warum wir nicht mehr auf dem team erlangen server spielen wollen beziehungsweise tun wir hatten jetzt doch einige stunden darauf zusammenbekommen in der gruppe und haben auch einige videos rausgebracht die auch sehr gut angekommen sind und die uns auch mega spaß gemacht haben doch leider ist jetzt zum zweiten mal leider mit der polizei ziemlich bescheiden ausgegangen muss ich sagen also ich muss dazu sagen vorab wir sind nicht perfekt im rp aber wir wollen es bestmöglich machen und wollen auch eben sage ich mal dann irgendwelche situation herr forsen wo wir sagen okay kommen da können wir jetzt was lustiges draus machen und das ist halt jetzt echt zwei mal so schief gegangen und leider von seiten in unseren aus unserer sicht aus seiten der polizei einfach schade gewesen wie das geregelt worden ist und ihr könnt natürlich gerne eure meinungen dazu in die kommentare schreiben ich werde jetzt das video quasi bisschen so live kommentieren oder eben darauf eingehen und bin natürlich auch kritikfähig sind wir wenn ihr da sagt okay das war von euch einfach scheiße gemacht das ist total so richtig wie die polizei agiert hat dann könnt ihr das natürlich in die kommentare schreiben auch tipps geben was wir besser machen können und ja wir haben leider auch schon des öfteren gehört dass bei team land ist dann doch relativ so ist dass die polizei hat einfach nicht so gut ist oder auch nicht auf rp eingeht und ich würde jetzt sagen ich quatsche zwar nicht allzu viel ich lasse jetzt mal das video laufen kurz zur vorgeschichte wir sind hier bei der holzverarbeitung und wollten eigentlich im prinzip irgendjemand mal überfallen ja im prinzip rp mäßig einfach eine situation her forsen wo wir dann eben auch sagen okay dass das das bringt ein bisschen abwechslung ein bisschen spaß rein zwischen die farmerei und eben auch vielleicht wieder ein witziges video und crash ist jetzt hat gerade bei einem unfall angehalten und hat dann im prinzip eingefragt hey du komm doch mit ich fahr dich in die stadt und so ein bisschen einfach dass so ein bisschen so her forsen dass er dann hierher kommt und wie überfallen dann quasi und einfach rp technisch was rausleiern da geht es uns gar nicht jetzt irgendwie dem armen tropf seine waffe weg zu nehmen oder sonst irgendwas und das witzige war dass jetzt dann doch gleich die polizei am start war und die dem crusher dann eben verfolgt hat und wir haben das natürlich gleich cool gefunden haben gesagt okay nice dann können die kommen verfolgen die jetzt crusher der fertig her und dann nehmen die ihn quasi fest oder wollen ihn festnehmen und wir versuchen crusher dann aus der hand der polizei zu befreien und wie ihr auch im video hören werdet neutral und nicht schießen also wir legen wirklich darauf wert hier nicht einfach die polizei zum haufen zu knüppeln und sondern wirklich auf das rp einzugehen und zu sagen okay hey wir haben euch ein visier irgendwie auch egal wie wir rausgehen ob wir sterben oder festgenommen werden ist egal aber einfach um einfachen rp her zu forsen einfach zu sagen okay eine aktion zu machen eine geiselnahme wie auch immer und dann müssen die versuchen irgendwie darauf einzugehen auf uns das haben uns zumindest erhofft wir gucken uns das mal an und dann gehen wir gleich noch mal darauf ein beifache seite zu töten ich nehme den mit zu euch ihr könnt ihr wir rauben jetzt aus der hat eine waffe der hat bestimmt sonst gar nicht alle alle bringt die gleich mit aber klar hatte ich gewartet wo ich gehe so gebüsch kommst du da die straße und dann würde folgt die dich oder was die polizei ich habe keine ahnung ich kann nicht dahinten gucken ich bin mit 140 unterwegs kommt steig ein ich nehm dich mit so voll lieb und irgendwann einfach knackig raus und kommsteig ein da kommt doch glaube ich da kommt doch mal wande du bist du hast welchem schlepptau oder was du hast du spulen im nacken alter fahr hierher und dann steig aus und dann machen wir die polizei wir retten dich dann aber fahr nicht immer auf weil die rammlich alle wir müssen jetzt roleplay die polizei nein 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 dabei dabei waffe runter ich schieße waffe runter lassen so also wir haben jetzt versucht ich bin klar relativ offensiv auf die losgegangen habe aber nicht geschossen das wurde uns auch nachher vorgehalten dass wir zuerst geschossen hätten aber der polizist hat er direkt drauf gerotzt hat dann wohl das auto erwischt das ist dann explodiert und mich auch erwischt und einen anderen mails dann halt auch im endeffekt nachher abgeschossen und war so von der situation für uns halt extrem schade weil wir hätten dann gehofft zu diesen entdeckung und dann sagen wir halt auch okay hey was was wollt ihr oder keine ahnung oder wie sieht es aus oder irgendwie zumindest einigermaßen rp mäßig darauf einzugehen da war dann gar nichts mitzubekommen beziehungsweise ja ihr habt ihr gemerkt die haben mal direkt geschossen klar gut waren wir auf jeden fall aggressor aber keiner von uns hat geschossen da wurde kein wort von denen gesagt kein wort sondern direkt einfach geschossen und das fanden wir extrem schade ja wie geht es jetzt hier weiter wir lachen halt okay toll weiß nicht alle tot und dann sind wir von der polizei mitgenommen worden und ja die war natürlich auch hier total ja da habt ihr keine chance und weiß so gleich so ja das habt ihr euch bestimmt anders vorgestellt und ab in knaschen so richtig so überheblich und ich meine wir wollten einfach nur eine witzige situation herforschen weiß vielleicht auch für die lustig mal eine abwechslung aber null rp in meinen augen null rp könnt mal dazu auf jeden fall in die kommentare schreiben was ihr davon haltet ich werde jetzt kurz noch das andere video her holen dann sprechen wir das auch noch kurz durch und ja sehen uns gleich wieder so hier sind wir jetzt auch in der nächsten situation und zwar haben jetzt gedacht okay wir tun einfach eine tankstelle überfallen was ja auch mit sicherheit eine lustige rp geschichte werden kann mit weiß ich nicht wie die vorgehen und sagen ja keine ahnung oder wir hauen ab und es wird eine mega verfolgungsjagd leider hat sich herausgestellt dass es soweit gar nicht kommt und in meinen augen wohl auch mega unmöglich ist weil wir wirklich wir waren jetzt ersagt glaube ich auch gleich wir waren bei 65 prozent von diesem banküberfall also da läuft dann quasi so ein ladebalken bis bis die die der überfall quasi durch ist und da wird direkt am anfang wird die polizei laminiert alarmiert und dann läuft zum prozent balken bis 100 prozent und dann könnten wir abhauen aber es ist gar nicht möglich oder gar nicht so gedacht dass wir dann irgendwie auf eine flucht möglich wäre oder sonst irgendwas denn die polizei war jetzt schon damit wie es gleich sehen wird bei 65 prozent und das war wir haben mega lange gewartet und auch wieder grandioses rp crash hat noch versucht zu ja die geißel hier den den tankwart oder den bank den tankstellenbesitzer wir haben die geißel kommt nicht rein und hat irgendwie versucht noch irgendwie auf das rp technisch zu gehen aber keine chance kein kein rp oder sonst irgendwas ich spiele es jetzt mal ab und dann reden wir gleich noch mal sein kein blaulicht oder blaulicht was wollen wir uns mal ein fahrzeug ich dachte wir sollen draußen bleib ich habe eine geisel meine tochter bei der tochter ist krank ich brauche das geld was machen wir jetzt die mich geteasert ja gut wir haben keine chance wunsch der was da hinten geparkt hat bist du ausgestiegen ja der läuft jetzt rüber auf die straße sagen wir den kombi nehmen den hops wo ist der waffe runter waffe runter achtung achtung waffe runter wir machen einen austausch wir machen einen austausch waffen gibt die geißel her ihr nehmt die waffe runter naja wie willst du das zocken ganz ehrlich die wollen dir das ist das doch gar nicht zu spielen so ich spreche sie ab weil bei mir auch schon wieder so die die pissigen emotionen hochkommen ihr habt gleich gemerkt wir waren ziemlich angepisst weil es halt auch wie gesagt schon irgendwie einfach gar nicht zugelassen wird da irgendwie auf eine rp situation auszugehen ihr habt wieder gesehen wir haben nicht geschossen diesmal habe ich nicht mehr angedroht zu schießen sondern ich habe klar auf sie gezielt auch wieder aggressor gewesen muss ich ja auch irgendwo um irgendwie zu sagen okay hey so sieht es aus wir sind hier da und aber auch da wird halt gesagt waffe runter waffe runter waffe runter aber irgendwie weiß ich kann in in wirklichkeit müsst ihr überlegen was passieren würde in der situation die würden in deckung gehen und würden erst mal eben das gespräch suchen und klar da kommt so ein superheld der meint er wäre der king und meint ich hätte ihn nicht gesehen wie das sich von rechts angeschlichen kommt und geht halt um die ecke und taset mich hätte ich auch schießen können weil es ist einfach mega ärgerlich wir hätten die auch über den haufen ballern können wir waren in der situation im vorteil und wollten aber eben das rp gespräch haben und danach halt auch wieder es war richtig schlimm dann musst du dir da im 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 direct communication anhören ja das habt ihr euch aber anders vorgestellt nächstes mal müsst ihr das besser vorbereiten und so dummes geschwätz und richtig pisst gewesen und ich habe dann ich bin dann auch echt ich war dann ziemlich salzig und hab zu denen auch gesagt ja toll und es bestätigt ja nur was man auf youtube sieht und es gibt dann ein weiteres video auf youtube mit rp nicht fähiger polizei und dann waren die natürlich auch so war ja keine ahnung und jetzt fällst du aber aus einer rolle und ich so ja gut welche rolle was ist wir waren die ganze zeit in der rolle aber es gab einfach kein rp crash ist dann immer noch so ein bisschen immer noch rp mäßig am start gewesen und hat dann auch immer noch mit den geredet und wollte darauf eingehen und die waren dann irgendwie hat es die irgendwann richtig genervt und dann war um den polizeirevier ich war dann echt schon so salzig ich hab dann gar nicht mehr geschwätzt hat gesagt okay dann kommst du halt in den knast habe ich gesagt ja gut okay passt kein stress damit kein bock crash hat dann noch versucht mit denen auf irgendwie als wirklich noch immer noch versucht rp mäßig auf die einzureden und das hat die dann irgendwie so genervt dass die dann echt gesagt haben okay man haben den getötet einfach und zu mir wurde dann auch gesagt ja wenn es euch nicht passt dann geht halt auf einem anderen server und also richtig so keine ahnung gar keinen bock irgendwie da drauf dann musst du doch nicht so ein spiel spielen dann lass es dann gehen woanders hin oder spiel exiled oder was weiß ich wenn du keinen bock drauf hast rp richtig zu machen ist halt für mich komplett unverständlich das witzige an der sache war crash hat dann ist dann in medik gekommen hat den dann quasi wiederbelebt er dann zu so einem wächter hingegangen so herr kannst mich herauslassen ich bin hier frei gelassen und ist dann quasi noch so über die über so eine kante gesprungen und durchs wasser abgehauen das war dann noch witzig aber so generell auf dem server mega enttäuscht wirklich richtig schlecht aber es ist halt wahrscheinlich bei dem server wo einfach genug leute drauf sind es wird drauf geschissen da wird auf den einzelnen nicht geguckt und ich fand es halt einfach mega schade oder wir fanden es mega schade ja ihr schreibt uns auf jeden fall in die kommentare was ihr davon haltet ich habe auch schon gesehen einer von der polizei in team elan hat auch unter meinem video schon kommentiert der darf natürlich auch gerne was dazu zu sagen so was ich jetzt auch gehört habe über den server werden wir nicht auf dem server bleiben egal was da jetzt kommt weil das wohl normal auf dem server einfach ist dass der eben kein richtiges rp am start ist und auch nicht wirklich wer darauf gelegt wird dass wir dort bleiben haben wir auch gemerkt und somit werden wir uns auf jeden fall einen anderen server suchen ich freue mich jetzt auf eure kommentare was ihr davon haltet und sagt vielen dank fürs einschalten geht natürlich gerne einen daumen hoch würde ich mich riesig darüber freuen schaut auch gerne auf dem live stream von bei twitch.tv schrägstrich hangemao live link ist in der video beschreibung daher sind auch die aufnahmen als wir streamen regelmäßig aber und dann sage ich ja vielen dank fürs einschalten bis zum nächsten mal ciao schrägstrich